Ja, da wird nun also wieder einer, das ist komisch, vor fünf Jahren da war meiner, da war eine ganze Weile keiner. Und jetzt geht ein Mann in meiner Wohnung um und findet manches, was ich sage, doch lobt und Tadels spricht von Daseins Zwecke und macht auf das Tischtuch Kaffee Flecke. Ist das alles nötig? Ja, ihr sorgt und liebt und ist ein trüber Morgen, reich ich meine Hand hinüber. Das ist komisch, Männer, so wir waden ihren Posen und frühmorgens in den Unterhausen. Plötzlich wohnt da einer, auch in meiner Seele, quert mich, liebt mich, will, dass ich ihn wähle, dreht mein Leben anders, lastet, lässt mich fliegen, seht's. Und weil ich klug bin, lass ich mich besinnen, hab ich das nötig. Ich war ausgeglichen, bleiben wir allein. Komisch, komisch, sind wir stolz, so sollte es immer sein. Wir brauchen uns und wir, wir brauchen ihn. Liebe ist Erfüllung, Last und Medizin. Und weil wir so sehr Hälfte sind, aber das ist schließlich überall. Der erste Mal ist stets ein Unglücksfall. Die Wahrerkenntnis liegt unbestritten, etwa zwischen dem Zweiten und dem Dritten. Dann, weißt du, von Wissen wird man nicht satt, aber nur dürftig zufrieden mit dem, was man hat. Amen.